Ich habe gute Nachrichten und zwar, ich mache das schon seit zehn Jahren hier mit euch, mit YouTube. Und wer meine Reise kennt, weiß, nach dem Studium zehn Jahre lang eine Lebensziele erreicht, Privatbeziehungstechnik, was Erfolg, was Geld angeht, alles was man sich so als Ziel erreichen kann, trotzdem nicht glücklich gewesen, Gesundheit mehr oder weniger vor die Wand gefahren, dann Umstieg auf vegane Ernährung, angefangen hier bei YouTube Videos zu machen und dann meine Gesundheit Stück für Stück erforscht. Immer so im Spagat zwischen auf der einen Seite alternative Gesundheitslernen, teilweise sehr ideologiegeprägt, auf der anderen Seite die starke Rationalität der Wissenschaft, der Medizin und dort quasi mich zu finden, zu schauen, aus beiden Welten zusammenzuführen und mich gesundheitlich sozusagen wieder auf den Damm zu bringen und auch gesundheitlich an meine Grenzen zu kommen. Durch den Aspekt der Psychologie, durch meinen Burnout, durch den Stress, durch die Begeisterung, die ich auch in diesem Kanal hatte. Ich glaube, es gibt wohl kaum einen Gesundheitskanal, der auf so einem Level so konstant und so viel gepostet hat. Das trifft in meinem Leben auch viele Dinge zu, die ich getan habe, dass ich das immer sehr extrem getan habe. Und jetzt bin ich an den Punkt gekommen, wo ich wirklich sagen kann, ich bin, ich durchfühle mich, was das Wissen angeht, aus dem Gesundheitsbereich sehr gut aufgestellt. Ich merke das in meinen Beratungen, die Menschen kommen schneller zum Erfolg, können schneller Probleme bewältigen. Und ja, ich bin einfach, ich fühle mich angekommen mit diesem Kanal und werde diesen Kanal entsprechend auch noch verfeinern. Werde, ihr habt das vielleicht schon in den letzten Wochen gemerkt, merkt, stärker auf verstandesorientierte Themen eingehen. Das heißt, ich werde ganz stark die Themen Ernährung weiter beleuchten, werde aktuelle Studien, weil die Ernährungsforschung geht natürlich weiter, die Wissenschaft entwickelt sich weiter und mein Interesse daran ist ungebremst, wie ich diesen Körper in einem guten Zustand halte und möglichst gesund bleibe. Und damit das Leben natürlich viel mehr greifen, viel mehr genießen kann. Und das möchte ich auch, dass jeder Mensch das kann. Und das ist unter anderem mein Lebenswerk. Und deswegen wird es over spirit weitergeben, sogar verfeinert. Ich werde mich ganz konkret auf verstandesorientierte Themen beschränken und werde all die Themen, die im Bereich Psychologie, im Bereich Sein gehen, eher streifen bzw. wenn dann verstandesmäßig aufarbeiten. So. Also, das bedeutet, das ist eine gute Nachricht. Ihr habt das schon gemerkt. Es ist viel mehr Content. Ich merke das auch an den Aufrufzahlen. Es ist viel mehr Content, der einfach den Verstand adressiert, wo es einfach darum geht, wie kann ich als Mensch möglichst gesund sein. Für viele reicht das. Und entsprechend möchte ich diese Menschen auch nicht verwirren mit der nächsten Stufe oder mit einem anderen Level oder einer anderen Sache, die nicht unbedingt dazu beiträgt, konstant zu bleiben, gesund zu bleiben, weil sie vielleicht dann überfordert sind. Eins nach dem anderen gilt für viele. Für mich hat das gegolten und deswegen durch den Tributzoll. Bedeutet, ich habe ja in meinem Leben, wie ihr das mitbekommen habt, auch schon viele Alternativkanäle gemacht. Aber jetzt seit Monaten durchströmt mich eine neue, vergleichbar mit der Anfangszeit von dem Kanal von YouTube, eine neue Energie. Nämlich genau das. Das Thema Gesundheit ist abgeschlossen. Alles, was es zu wissen gibt und vor allem zusammenzuführen gibt und zu extrahieren gilt, ist getan. Es wird jetzt verfeinert, es geht weiter. Aber eine grundsätzliche Sache, die dem allen zugrunde liegt, nämlich dass wir als Mensch uns ganz normal natürlich als Mensch wahrnehmen. Wir waren geboren, wir sind Mensch und wir sterben. Und wir haben das natürlich auch nie hinterfragt in irgendeiner Weise, warum auch. Wir sehen das ja, wir können das denken. Wir haben aber dadurch Vertrauen einer Ideologie des Denkens, die durchaus seinen Platz hat und da werde ich auch nichts absprechen, weil ich bediene mich dieser Ideologie. Aber man kann noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt Menschen, das habe ich gesehen, genauso wie ich Menschen gesehen habe, die gesund sind, wo ich ungesund war, gibt es Menschen, die komplett in sich ruhen, die auch nicht nur theoretisch keine Angst vor dem Tod zum Beispiel haben, sondern das auch praktisch unter Beweis stellen. Und diese Menschen habe ich im Laufe der Jahre natürlich studiert, ich habe viel Literatur gelesen, ich habe im Bereich der Religion, Spiritualität, der Physik mich sehr, sehr viel belesen auf Instagram. Menschen bekommen das immer mit, wenn ich wieder ein neues Buch habe und die Erkenntnisse täglich teile, auch seit vielen Jahren, etwas unaufgeräumter als hier bei YouTube und dadurch hat sich in mir auch etwas geformt. Und das, was jetzt seine Entfaltung bringt, ist tatsächlich dieser neue Kanal. Ich merke auch die Intensität, mit der ich poste, unabhängig davon, ob Menschen dazuschauen, weil das Thema natürlich eine andere Kategorie ist und ich da wieder vollkommen von neuem anfange, genau wie damals bei YouTube, wo ich auch am Anfang mit zwei, drei Leuten hatte, genauso gibt es jetzt ein, zwei, die mit mir kommunizieren und der Kanal ist mega, mega klein. Aber das ist vollkommen okay. Ich merke das erste Mal bei vielen Kanälen, die ich gemacht habe, ich mache die, mal sehen, vielleicht sind die erfolgreich, vielleicht brauchen das die Leute und so weiter, aber hier geht es darum, dass in mir so eine innerwohnende Begeisterung da ist. Weil ich in meinem Leben über viele Jahre hinweg, was ich jetzt sozusagen kulminiert feststelle, es ist Zeit für den nächsten Schritt für mich. Das heißt nicht, dass es ein Schritt ist, den jeder gehen muss. Viele gehen diesen Schritt nie, ist völlig okay. Für mich persönlich gibt es einen nächsten Schritt und wenn du mich da begleiten möchtest und vielleicht auch selber gerade den nächsten Schritt gehst und zwar, dass du dieses psychologische Leid, was wir erfahren, was so dominant ist und was eben auch die Angst vor dem Tod als Grundlage meistens hat, obwohl das nicht sein müsste offensichtlich, weil es Menschen gibt, die haben keine Angst vor dem Tod. Es gibt Mönche, die zünden sich an und das nicht aus Verzweiflung, die sind voll in Ruhe. Mit auf diese Reise zu gehen, was bedeutet es Mensch zu sein? Was ist Mensch? Was haben wir übernommen und was erfahren wir tatsächlich? Und wie steht das im Widerspruch? Und was vor allem macht die Mathematik und die Physik derzeit, die sich von ihren alten Konzepten lösen und auch in Laberspalten, wo es Mathematiker gibt, die voll im Verstand sind, aber einfach attestieren müssen, es gibt keine Logik für einen freien Willen und es gibt etwas wie ein Bewusstsein, was alles durchdringt. Ein Mathematiker. Und die Frage, wie willst du das mit Vorbildern? Das ist für mich völlig zu hoch, auch wenn ich mich, was die Studium und noch als Leistungskosomatik interessiert habe, was gibt es so hoch? In der Physik habe ich schon mehr Angriffspunkte, da kann ich schon mehr verstehen. Und ja, aber was machen die Leute? Und dann natürlich erkennen, dass in der Religion oder auch in der Spiritualität, teilweise auch in der Esoterik auch Strömungen existieren, die alle so zur gleichen Erkenntnis kommen, ohne dass wir es verstehen können mit unserem Verstand. Und das ist ja mein neuer Lebensabschnitt. Einfach zu erkennen, dass was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe, vor allem in den letzten zehn Jahren, weiterzumachen, den Verstand zu nutzen, um uns gesund zu erhalten. Auf der anderen Seite einen Schritt weiter zu gehen, oder vielleicht auch einen Schritt zurück zu gehen. Und zu schauen, wie schaffen das Menschen ihr Leid zu überwinden? Und wie, wenn ich meine eigene Transformation sehe, wie ist es überhaupt passiert, dass ich gar nicht mehr Dinge als so leidvoll empfinde, wie ich sie empfinde? Und wo ist noch mein Potenzial? Wo ich noch Leid empfinde? Und das so zusammenzuführen in einem relativ offenen Kanal, der keine Ideologie irgendwo hinter sich hat, sondern der einfach in den Austausch mit dir reagieren möchte. Und natürlich meine Erfahrungen in den Vordergrund stellt, als Grundbasis. Ja, und dann vielleicht die nächsten zehn Jahre jetzt ist das das Thema. Den Kanal möchte ich sozusagen heute auch nochmal vorstellen. Ich werde es auch immer mal unten einblenden auf diesem Kanal, dass da sozusagen War Spirit 2 ist. Ich werde den auch noch umbenennen, ich muss ein bisschen warten, wegen YouTube, die braucht ihr mal. Aber es ist, ja, Level 2 nenne ich das einfach mal, ohne jetzt das Sagen, dass Level 1 weniger wert ist. Level 1 reicht für die meisten vollkommen aus. Aber wer in sich spürt, wer sich gerufen fühlt, das psychologische Leid und das nicht nur dieses Suche nach Glück und Psychologie, weil das hat auf diesem Kanal weiterhin Platz, sondern dieses zugrunde liegende Leid aufgrund der Idee, dass wir abgetrennt sind. Obwohl selbst die Biologie uns ganz deutlich zeigt, dass wir nicht abgetrennt sind. Wer auf diesem Weg mitreisen möchte und uns gegenseitig inspirieren, beziehungsweise ich dich vielleicht auch inspirieren kann aufgrund meiner jahrelangen Beschäftigung mit der Thematik, ja, dann sei dabei, der neue Kanal. Ich weiß auch nicht wie er heißt, ich nenne ihn erstmal War Spirit 2. Er heißt aktuell glaube ich nach ErfahrDich, weil Erfahrung so das Grundelement ist, aber ja, da geht es jetzt richtig ab. Zumindest bei mir. Zuschauer-Technisch geht es nicht so richtig ab, deswegen auch nochmal, es macht mir Spaß, wenn Leute diesen Weg mit mir gehen, aber ich kann euch garantieren, ich kann euch garantieren, diesen Weg, den bin ich nicht nur schon sehr, sehr lange gegangen, sondern der wird, das ist alles in mir, es gibt noch als wirkliche Herzensangelegenheit nur noch dieses große Thema, die nächste Herausforderung. Wir Menschen, wir brauchen Herausforderung, wir sind nie zufrieden. Und das zu erkennen und trotzdem zu leben und nicht sich frei zu sagen, ich bin jetzt der Guru und ich schwebe durch die Welt, sondern diese Herausforderung anzunehmen, ohne sich selbst als Mensch zu verlieren, das wird interessant. Und wer mich da begleiten möchte, der kann gerne kommen auf War Spirit 2, kommt runter. Und ansonsten viel Spaß natürlich hier weiter mit den sehr verstandesorientierten Videos hier, mit den neuesten Forschungen, kommt eine Verfeinerung, es kommt Neuerungen und das ist auch wichtig, weil viele Menschen kommen ja auf diesen Kanal das erste Mal und sehen dann das erste Video von mir. Das heißt, ein paar Wiederholungen werde ich ausbleiben, zum Beispiel, dass ich immer wieder daran appelliere, dass eine pflanzliche Ernährung etwas Gutes ist, dass man immer reingehen kann, mal schauen. Beide mich gerne auch oder bleib hier. Je nachdem, die Live-Talks werden auch noch hier stattfinden, aber die werden sicherlich auch, weil die Live-Talks immer so vom persönlichen Vibe geprägt sind, natürlich auch ein bisschen beides. Und es wird sicherlich auch zu Überlappungen kommen innerhalb der Kanäle, das ist völlig normal. Aber ich möchte es euch ein bisschen einfacher machen, dass wenn ihr sagt, ich möchte meine Gesundheit optimieren, meine, also auch die Psychologie optimieren, aufgrund des Verstandes, seid ihr hier genau richtig. Und wenn ihr sagt, ich möchte mal schauen, wer ich bin und als Grundlage primär meine Erfahrungen, die ja auch das Denken und die Emotionen beobachten können, sehen, dann möchte ich einfach nicht diesen Kanal verunreinigen, verwässern, sondern dann möchte ich einfach eine Alternative anbieten für all diejenigen, die kleine Gruppe, die das interessiert und mich dahingehend auch weiter begleiten. Also dann, das soll es für heute gewesen sein und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen!